Es ist ja ganz spannend. Ich gebe jetzt seit vielen Jahren Workshops für Frauen und für Männer. Und die Workshops für Frauen, das ist so kontinuierlich, wird fleißig angemeldet. Ich habe auch einen Workshop für Frauen und den gleichen für Männer. Und der für Frauen, der ist ziemlich schnell ausgefüllt und der für Männer kommt nur jede dritte Runde zustande. Also ich glaube, es gibt diesen Teil, dass Frauen mehr dieses Selbstoptimierungsding haben. Ich will noch besser sein, noch mehr gefallen und so weiter. Und ich glaube, dass Frauen auch einfach schon länger verstanden haben, da läuft was schief oder ich bin nicht glücklich oder so. Und gefühlt kommt das jetzt erst langsam bei den Männern an, dieses, oh, da gibt es noch mehr. Wenn ich reinfühle, bin ich auch nicht ganz glücklich. Und so, das ist die eine Komponente. Und dann gibt es eine weitere Komponente, wo ich behaupten würde, dass es sehr viele Männer gibt, die behaupten, ich habe doch kein Problem, ich bin doch ein guter Lover und nicht bereit sind, hinzuschauen, weil also ich als Frau und als Sexological Bodyworkerin, die wirklich viel mit Männern gearbeitet hat, würde behaupten, viele Männer sind sehr grottige Liebhaber, sind sehr schlechte Liebhaber. Und sich dieses Eingeständnis zu machen, heißt ja auch, sich selber zu hinterfragen oder sich für Veränderungen zu öffnen. Das heißt, Altes loszulassen, Komfortzone zu verlassen und sich in neues, unbekanntes Terrain zu bewegen. Das ist so meine Beobachtung und das, was mir dazu kommt, wenn du mich das fragst. Was glaubst du, was es schwierig für Männer macht? Also das heißt, diesen Schritt zu machen in das Neue, in das Unbekannte, in das Verletzliche, in die Gefühlswelt einzusteigen, aus deiner Sicht als Frau. Du hast es gerade schon gesagt, ich glaube, es ist zum größten Teil wirklich auch diese Verletzlichkeit zuzulassen. Und das geht ja mit Fühlen einher, dieses, wow, okay, wenn ich jetzt wirklich reinfühle, da ist Angst oder da ist Scham. Und gerade Männer sind ja eher so konditioniert, nicht so sehr in diese Gefühlsduselei hineinzugehen. Dieses, steh dein Mann und trinkst du halt dein Bierchen und dann passt das schon wieder. Oder gehst du eine Runde Fußball spielen und dann hast du es wieder alles im Griff. Und sich dafür zu öffnen, wirklich diese Gefühle zu fühlen und sich mit dieser Verletzlichkeit zu verbinden, das ist für viele einfach sehr unbekannt. Sie haben es einfach nicht gelernt. Und ich würde sagen, Männer eben noch mehr als Frauen. Und wenn ich fühlen will, geht ja auch mit einher, dass ich in meinem Körper sein muss. Weil wenn ich nicht in meinem Körper bin, den nicht bewohne, den nicht fühle, bin ich auch nicht wirklich in der Lage, meine Gefühle zu fühlen. Und es ist halt so ein Riesen-Rattenschwanz, der da mit einher geht. Was würdest du denn sagen? Was ist deine Beobachtung? Also ich bin ja, wie du das auch weißt, ein neurologischer Geek. Und bevor ich mich sozusagen auf das unbekannte Terrain der Gefühlswelt komplett eingelassen habe und mich sozusagen entschieden habe, mein Leben zu fühlen und mich aufs Fühlen voll einzulassen, habe ich mich als männlicher Mensch, als Mann, wo ich auch voll identifiziert bin, auch genderideologisch, habe ich mich sehr dazu eingelassen, mich voll alles zu untersuchen und erst mal rauszufinden, hey, warte mal. Also das heißt, wenn ich mich in das sehr weibliche Terrain reinbewege, dann bewege ich mich aus meiner Komfortzone, aus meinem sicheren Bereich heraus, mich als Mann mit anderen Männern, so wie wir sind, so wie wir ein bisschen geschaltet sind und begebe mich sozusagen auf das dünne, gefährliche Eis, das Terrain, dass ich sozusagen von der Weiblichkeit sozusagen überstülpt werde und sozusagen entmannt werde in meiner Identität. Also was mache ich mit meinem Mannsein-Identität im Frauenbereich? Also das heißt, als Mann bin ich so sehr darauf eingestellt zu sagen, ja, ich bin bereit, mich so auf die Gefühlswelt und das Gefühlsleben einzulassen in mir selber und ich muss mir aber eingestehen, dass das nicht meine Domain ist als Mensch. Ich bin anders strukturiert, ich bin anders gekabelt sozusagen und wenn ich mich darauf einlasse, ist das für mich als Mann, oder es war für mich als Mann, ist es ein Quantum Leap. Also das heißt, das ist ein Wechsel von der Realität. Und ich möchte, wenn ich mich darauf einlasse, und ich glaube, das geht vielen Männern so, dass die ihren Sicherheitsbereich vom rationellen, funktionalen, linearen verstehen müssen, wollen, können. Also das heißt, wenn ich mich von dem wegbewegen würde, wo meine Sicherheitszone ist und wo ich weiß, wo meine Spezialitäten sind und mich so auf das Gefühlte, Emotionale, Sinnliche einlasse, gehe ich ja sozusagen weg von dem, wo ich so stark bin oder wo ich stark sein kann. Und meine Stärke ist erstmal irrational komplett untergraben, dass meine Stärke meine Schwäche sein könnte. Und dass diese Stärke, die meine Schwäche sein könnte, das, was viele Frauen sehen, fühlen, spüren möchten, damit sie sich sozusagen einlassen und öffnen können. Also dass ich sage, okay, ich bewege mich so in diesem Bereich, in das Terrain und weiß, wenn ich mich da reinbewege, dass das spielt keine Rolle, wie stark, wie tief, wie weit ich mich da reinbegebe, in die, in das, keine Wortfindungsstörung, in das, in die, in den, nicht den Gefahrenbereich, aber in den, in den, in die Gefahrzone, in die Gefahrzone des Anderssein. Also das heißt, ich werde niemals eine Frau sein und ich kann niemals so tief fühlen wie eine Frau, ich kann niemals das empfinden, weil das eine ganz andere Schaltung im Körper ist. Ich kann mich aber reinbewegen. Und wenn ich da in dem Bereich einen Fehler mache, dann besteht für mich die Gefahr, und das haben viele Männer erfahren, gehe ich mal davon aus, so wie ich das erfahren habe, dass Rauchen dann auch unfair und gemein sein können. Viel. Wir sind in der Gefahr und ich habe mich mit vielen Männern unterhalten und es gibt diese Bewegung zwischen Männern, die sich so aus der antifeministischen Bewegung heraus bewegt haben. Ich habe den Begriff vergessen, das ist eine vier Buchstabenkombination, irgendwas aus dem Englischen, wo Männer sich sozusagen aus dem Bereich von Beziehung mit Frauen rausbewegen, weil sie sozusagen, wenn sie sich auf Frauen das Gefühlsmäßige einlassen, und dann geht es um Beziehung, und dann geht es ums Kinderkriegen, und Familie haben, und Karriere machen, und irgendwann an dem Punkt, wo die sozusagen in ihrem Leben sich sozusagen voll auf das einlassen, haben sie aber immer noch ihre rationelle, lineare, strukturierte Verantwortlichkeit als Mann im Leben. Die müssen einen Beruf haben, die müssen das Geld verdienen, die müssen der Versorger sein, die müssen sozusagen, wenn sie eine Familie haben, dafür da sein können, dass auch ein Status hergestellt werden kann. Und wenn Frauen dann an irgendeinem Punkt sozusagen, und das ist, wo viele Männer stagnieren, wenn Frauen dann sozusagen die Schnauze voll haben, und keinen Bock mehr auf ungefühltes Leben zu haben, und dann sozusagen aus der Beziehung aussteigen, und die Geschichte sozusagen beenden, und vor Gericht ziehen, dass die Männer in den meisten Fällen die Arschkarte ziehen, und sozusagen die zahlenden Idioten auf der anderen Seite sind, und sich sozusagen aus dieser Unfairheit, aus dem Beziehungsleben verabschiedet haben, und sagen, okay, ich will nichts mehr mit Frauen, mit Beziehung, mit Gefühlen, mit irgendwas zu tun haben, mein Sicherheitsbereich, Pornografie, Internet, Männer, Fußball, Sport, also diese gesamten Geschichten, Erfolg, Karriere, aber dann nur für mich, und vielleicht nochmal eine Prostituierte hier und da zu haben, oder vielleicht ein bisschen homosexuelle Sachen anzuziehen, dass sie keinen Bock mehr auf das Weibliche haben. Also das heißt, ich habe mit so vielen Männern so in diesem Gespräch mich verharrt, dass die so Angst haben vor diesem, wenn ich mich in diesen gefühlsverletzlichen Bereich reinbegebe, dann ziehe ich die Arschkarte, wenn wir einen Krieg anfangen, zusammen. Weil auf der Gefühlsebene bin ich der Verlierer. Also da ist so viel Angst dahinter und mit dieser Angst nicht gesehen gefühlt zu werden, auch mit dem Historischen. Und also das heißt, dass Männer sich aus dieser Gefahr heraus vielleicht nicht wirklich entscheiden wollen, oder aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich so mitkriege, ich begebe mich in diesem Bereich des Fühlen-Wollen-Könnens, Müssens, um Beziehungen herzustellen, nein, ich will die Verbindung, ich bin interessiert an tiefe Nähe, Verbindung, spirituellem Wachstum, Connection, Natur, ja, dann aber auch zu sagen, okay, seid ihr auch bereit, 50% in mein Terrain reinzukommen und mich mal leiten zu lassen, mich mal führen zu lassen, mich mal mit meinem, mit meinem maskulinen, männlichen, mit meiner Kapazität auch mal eine Richtung zu geben und zu sagen, okay, so wird das jetzt gemacht, wir kreieren jetzt quadratisch praktisch gut, weil das funktional ist und wir müssen jetzt mal rationell effektiv sein, damit wir sozusagen das Ganze emotional in einen Container, in einen Rahmen stecken können, der funktioniert, weil wenn wir uns aus unserer Fähigkeit zu kreieren und Sachen zu erfinden und zu produzieren und das ganze Ding rausbewegen, in diesen Bereich rein, dann hört die Welt auf zu existieren. Ja, Matt, und da kommt mir genau dieses Beispiel, als wir gerade anfingen, diesen Call zu haben, habe ich dir kurz dieses Feedback gegeben, ah, wow, jetzt bin ich gerade mit einem Mann zusammen und ich musste innerlich total lachen, weil ich arbeite sehr häufig mit Frauen, ich mache sehr häufig mit Frauen Calls und dann ist es oft erst mal dieses Gefühlsmäßige und dann sprechen wir und komm gerne mal vom Thema ab und ach, worum ging es nochmal? Dann kommen wir wieder zurück und dann saßt du hier gegenüber von mir und es war so, wie du gerade meintest, quadratisch praktisch gut, zack, Struktur, wie wollen wir vorgehen? Da, 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 wie ist der Kontext? Und ich war so, ah, wow, jetzt habe ich es gerade mit einem Mann zu tun, wow, und ich musste mich innerlich kurz umstellen, da war kurz so wie so ein kleiner Schreck und dann war es aber wie so ein, oh, geil, ich kann abgeben, ich kann loslassen, da hat gerade jemand die Führung übernommen und ich kann mir die Erlaubnis geben, zu entspannen, das hat sich total gut angefühlt. Ja, ja, also ein ganz wichtiger Punkt, den ich glaube, den Männer brauchen, ist, dass sie mit ihrem Terrain, mit unserem Wissen, mit unserem Können, mit unserer Kapazität, die wir alle haben, die Frauen auch haben, aber nicht so stark ausgeprägt, wie wir Männer, ja, dass wir, wenn wir uns entscheiden, okay, ich begebe mich in dieses Terrain und ich will fühlen, ich will mit dir sein und ich will mich einlassen und ich will Tiefe und ich will, ich bin bereit und ich weiß, das ist dünnes Eis und ich kann hier verlieren und das ist gefährlich, ich mache es trotzdem, weil ich weiß, dass es den Wert hat, möchte ich dich in meinen Bereich einladen und ich habe jede Menge Struktur, ich habe jede Menge Richtungen, ich habe jede Menge Funktionalität, ich habe jede Menge Kreativität in diesem Bereich, die wir miteinander kombinieren können und ich möchte, ich möchte dann auch fühlen, wenn ich in deinem Bereich bin, dass du mich in meinem Bereich akzeptierst akzeptierst und mir die Führung überlassen kannst. Das ist ganz spannend, weil ich, ich merke gerade, das ist wie so ein kurzes Aua, weil ich dachte, ja, aber ich mag doch auch Führung und Struktur und dann habe ich gerade gemerkt, oh ja, ich war lange Zeit alleinerziehende Mutter von drei Kindern, ich habe gelernt, diesen männlichen Part zu übernehmen, da bin ich ziemlich gut drin und ich merke aber gerade, wenn ich dich reden höre, wow, wenn ein Mann da wirklich reingehen will und ich da aber auch drin bin, dann hat ja der Mann an meiner Seite überhaupt gar keine Chance. Ja? Und da selber auch wieder mal so einen Schritt zurück zu gehen und zu sagen, okay, das ist sein Part und ich weiß, wenn ich kann, dann bin ich da gut drin, aber es ist an mir, da auch mal wieder loszulassen, zu sagen, ich erlaube mir auch wieder, weich zu werden und meinem Gegenüber diesen Part auch wirklich zuzutrauen. Ja, es war gerade ein schöner Spiegel, danke. Gerne. Ich bin ja auch auf der anderen Seite gewesen, ich bin ja auch als Mann in den ersten Jahren, als meine Kinder klein war, die jetzt auch schon Anfang 30 sind, also das heißt, das ist mehr als ein Vierteljahrhundert her, als ich sozusagen erziehender Vater war und für Jahre zu Hause mich um meine kleinen Kinder gekümmert habe, also das heißt, einen Haushalt geschmissen habe und sozusagen alles gemacht habe und meine Frau ist dann sozusagen Karriere machen gegangen und also das heißt, ich kenne ja die andere Seite als Mann auch. Ich habe mich ja über 20, 30 Jahre auch in Selbstpersönlichkeitsentwicklung und emotionaler Entwicklung und spiritualer Entwicklung auf die Tiefe, auf das Fühlen eingelassen. Ich habe mich ja sozusagen dafür entschieden, ein fühlender Mensch zu sein, fühlender Mann zu sein. Ich muss aber dennoch gestehen, dass das Terrain immer noch eine Fremdzone für mich ist, weil das ein weiblicher Bereich ist. Und wenn wir Männer zusammenkommen und sozusagen als Männer weiblich sein sollen, wollen, müssen, dann wird sozusagen unsere Hauptqualität des Mannseins sozusagen untergraben. Und wir wissen nicht wirklich, wenn wir unter Männern sind und wir sollen jetzt weiblich sein und gefühlsmäßig und ich fühle mich jetzt so, das fühlt sich für mich unter Männern schwierig an, weil das nicht echt, das fühlt sich nicht echt an. Wenn wir als Männer, wenn wir zusammen sind, gibt es diese Möglichkeit, sozusagen, sich auf die Tiefe, das Fühlen, das Miteinander einlassen. Es geht nicht darum, Konkurrenz gehackelt zu haben. Es geht nicht darum, besser sein zu müssen. Es geht nicht darum, der Macho und oben auf der Leiter zu stehen. Und ich sage jetzt, was die Richtung ist. Wir können auch mit Männern sagen, hey, das fühlt sich jetzt nicht richtig an, was du hier sagst. Ich fühle mich auch scheiße, wenn du so und so mit mir sprichst. Und ich möchte auch ernst genommen werden mit meinen Gefühlen. Und ich möchte auch weinen dürfen und ich möchte auch Angst haben können. Und ich möchte auch wütend sein dürfen, ohne dass ich jetzt die Gefahr habe, von einer hungrigen Meute umgebracht zu werden. Ich will aber auch als Mann in meiner Lust, in meiner Sinnlichkeit ernst genommen werden. Ich will auch von anderen Männern gefühlt werden, dass ich etwas zu sagen und zu geben habe, als Mann, der sich mitteilen kann. Das ist aber ein ganz anderer Punkt, als Mann unter Männern, nur wenn die Situation das erfordert. Also das heißt, wir können nicht künstlich den weiblichen Raum des Gefühls, des Fühlen, Wollen, Müssens, können herstellen, wenn er nicht existiert. Wenn er nicht existiert, dann sind wir so sehr in diesem Jetzt und Hier präsent. Was ist das Problem? Was kann ich lösen? Wie kann ich das besser kreieren? Wie kann ich das umsetzen? Und da gibt es diesen tollen Ausdruck unter Männern. Wenn wir kein Problem haben oder wenn es keine emotionale Unausgeglichenheit gibt, dann müssen wir keine kreieren, um uns fühlen zu können oder zu müssen. Wir müssen kein Problem kreieren, um sozusagen unsere Realität zu justifien, also zu rechtfertigen. Und dann, wenn wir Männer da zusammenkommen, dann sagen wir, hey, lass uns doch mal in den Keller gehen, Bretter bohren. Also das ist so diese alte Ideologie und das ist ein bisschen so mit dem, hey, ich habe jede Menge technische Kapazitäten, die ich mit allen teilen kann und nicht nur als eine lineare, zielorientierte Funktionalität, auch als eine körperliche Funktionalität. Also das heißt, wie funktioniert denn der Körper? Wie kannst du aus dem rationellen Gefangensein in deiner Verstandswelt in das Gefühlsmäßige den Körper einsteigen, wenn du deine Gedankenwelt nicht brauchst? Weil wenn du mit deiner Partnerin bist und wenn du in die Gefühlswelt dich einlassen willst und auf die Tiefe von Beziehung, auf die Tiefe von Sinnlichkeit und Sexualität, dann kannst du deinen Verstand vergessen. Da gibt es nichts zu reparieren, da gibt es nichts zu optimieren, da gibt es nichts zu verbessern. Es ist alles gut, wie es ist. Und wie kannst du dich sozusagen aus deinem Verstandsgefängnis verabschieden und dich auf das Gefühlssinnliche mit deiner Partnerin einlassen, damit du eine tiefe, genussvolle, saftige, intime Beziehung führen kannst. Ja, und ehrlich und authentisch Beziehung. Ehrlich und authentisch und wenn das wieder vorbei ist, wenn das, weil du bist ja nicht 24-7 miteinander verschmolzen und verglut und hast und dann gehst wieder raus in die andere Welt, aber wenn du dich auf diese Welt einlässt, deine Rationalität hat da nicht viel Wert. Matt, was würdest du denn sagen, was sind denn eher die Attribute eines Mannes und die Attribute einer Frau oder die Qualitäten für Frauen erst mal Gemeinschaft, Fühlen, Sinnlichkeit, Körperbewusstsein, Naturverbundenheit, Mitgefühl, Körperwahrnehmung, Lebens schenkend, also das heißt so die Prinzipien des Wir-Seins, des zwischenmenschlichen Miteinanders, so alle die Qualitäten, die da gehören so rein und im Männlichen das ist so sehr so dieses Richtung geben, gegenwärtig sein, zielorientierte Problemlösungen, wenn sie existieren, kreatives 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 Wachstum, Schaffenskraft, Sachen bauen, herstellen, Verbesserungen. Hört sich ja schon sehr, wenn wir jetzt so in dieser tantrischen Tradition schauen, es hört sich ja wirklich sehr nach Shiva und Shakti an, ne? Ja, und das tolle ist ja, dass Shiva und Shakti, und da gibt es so sehr viele Missverständnisse, dass Shakti gehört nur so in den Frauenbereich, Männer haben im Shakti-Bereich nichts zu suchen, wenn du sozusagen als Mann im Shakti-Bereich sagst, dann bist du in unserem Bereich und wir werden dir zeigen, wo der Hammer hängt, und das ist, was viele Männer fühlen, und ich bin nicht auch einer davon, wenn Frauen dann sagen, ja, aber ich habe das Recht, mich sozusagen in die Männer-Domain zu bewegen und ich sage da auch, was Richtung ist und ich sage da auch, was gut ist, dass Männer dann wirklich an diesem Punkt sagen, also ich möchte dann auch mit dem Shakti-Bereich nichts zu tun haben, ich nehme mir dann so meine Shiva-Qualitäten und werde mich dann erst mal verabschieden und mache dann erst mal, was ich richtig für mich finde, ja, und im Wesentlichen dann das gilt für beide Seiten und das ist so für mich so, wo der Krieg der Geschlechter, ja, wo wir aufhören müssen, wo wir aufhören müssen sozusagen, die Domain von dem Dualen aufzuteilen und das Männliche sich so in das Maskuline und das Weibliche in das Feminine und Shiva und Shakti zu bewegen und zu sagen, hey, nee, 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 stopp mal mit dem ganzen Dualen Aufteilen, du musst dich als Mann, du musst deine innere Shakti finden und dein Shiva muss für deine innere Shakti sozusagen komplett da sein und du musst sozusagen die Verbindung in dir selber erst mal komplett herstellen, ja, du kannst deine Shakti kannst du nicht auf der weiblichen Seite finden, du musst deine Shakti innerlich finden und du musst deinen Shiva dafür sozusagen drillen oder trainieren, dass der sozusagen für deine inneren weiblichen Qualitäten aufschlägt und dann kannst du dich in den anderen Bereich bewegen, dass dann auch sozusagen das Weibliche, die Shakti oder das Feminine nicht mehr sozusagen auf das Maskuline, Männliche zeigt und abhängig ist, ja, wenn du jetzt nicht Richtung geben kannst, dann muss ich das jetzt für mich selber machen und das nicht als Kriegsandrohung zu bezeichnen, sondern nee, ich habe meine eigene Präsenz, ich habe meine eigene, ich kann für meine Gefühle, für meine Weiblichkeit, meine eigene Gegenwart da sein, ich brauche nicht das Männliche, um mein weibliches Gefühlsleben in den Ausdruck zu bringen, ich kann für mich selbst sorgen und ich kann für mich selbst da sein und wenn du sozusagen beide Seiten sozusagen das Shiva in der Shakti findest und die Shakti in dem Shiva findest, wenn die beide sozusagen zusammen sind, dann kann es zu einer Verschmelzung kommen, die funktioniert, weil es nicht mehr so dieses gegenabhängig abhängig ist. Ja, es ist so ein bisschen wie dieses Yin-Yang-Zeichen, so an dem Schwarz dieser weiße Punkt, dem Weiß der schwarze Punkt und erst wenn sie zusammenkommen, dann entsteht die Einheit. Ach ja, irgendwie ist es so, wenn ich dir so zuhöre, denke ich, boah, ganz schön komplex das alles und auch so feinschichtig und gefühlt wird es immer feiner und feiner. Ich habe auch zwischendrin irgendwann gedacht, ja, da gibt es auch den Aspekt, wo wir Frauen zum Teil ganz schön übergriffig sind und das gar nicht mitbekommen. so und gleichzeitig aber auch so, ich höre dir zu und ich denke mir so, ja, 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 ist logisch, ja. Und ich hatte dann zwischendrin auch dieses Bild vor Augen, ja, als du meintest, dass wir von den Männern zum Teil so sehr verlangen, dass sie so sehr auch in diese weibliche Ebene kommen sollen und so weiter. und was ganz spannend ist, ich lebe ja in Berlin und was ich seit einer Weile beobachte, ist, dass immer mehr mit dem Tragetuch das Baby spazieren gehen, die Kinder in den Kindergarten bringen und am Anfang dachte ich mir, wow, das ist cool, ja, endlich auch mal engagierte Väter, aber das wurde immer mehr und irgendwann habe ich mich gefragt, wo sind denn da die Mütter? Dann war klar, ja, die Mütter, die machen alle Karriere und dann schaue ich mir diese Männer an und ich merke auch, dass sich in den ganzen letzten Jahren auch das Flirtverhalten komplett verändert hat. Also es gibt kaum noch Männer in Deutschland, die sich wirklich trauen, Frauen anzusprechen oder Komplimente zu machen, weil die totale Angst haben, jetzt einen Kopf zu bekommen oder übergriffig zu sein oder abgestraft zu werden und sobald ich Deutschland verlasse, bekomme ich Komplimente, wird mit mir geflirtet, werde ich auch mal an jemanden herangezogen, ja, wo ich als Frau denke, oh mein Gott, endlich, ich werde gesehen, ich werde gehört, dann komme ich wieder zurück nach Deutschland und habe das Gefühl, boah, wir haben unsere Männer ganz schön kastriert, ja, wir haben die in so eine Box reingezwängt, so, du darfst kein Macho sein, du musst einfühlsam sein, aber bitte jetzt nicht zu einfühlsam, weil sonst bist du wieder ein langweiliger Waschlappen und dann denke ich mir, brrr, in diesem Kontext Mann zu sein, ist auch echt eine Herausforderung. also ich bin teilweise echt froh, eine Frau zu sein und ich weiß, als Frau, ich bin zwar auch, ich bin Mensch zweiter Klasse und da gibt es auch immer noch viele Dinge, wo ich sage, ich werde schlechter bezahlt und ich komme bei viel schlecht dabei weg, aber das ist so offensichtlich, das kriegen wir so mit und dann gibt es diese andere Ebene, die ist so filigran und so versteckt, es ist ja auch schon wirklich schwer, das anzusprechen, ohne gleich eins auf den Deckel zu bekommen, dieses, was fällt dir ein und das stimmt doch gar nicht und wie kannst du das sagen und ich muss manchmal echt vorsichtig sein, mit wem ich darüber rede und jetzt bin ich ganz neugierig, wie du darüber denkst. Okay, ich versuche das mal so ganz politisch korrekt zu, in den Rahmen zu fassen, weil ich auch weiß, wie es sich anfühlt, sozusagen abgedeckelt zu werden, diese falschen Sachen zu sagen. Ich habe ja in den letzten zehn Jahren mich sehr tief in das, in die Konsentwelt eingelassen, die haben uns ja auch in dem Training in Bali kennengelernt, in dem Self-Servix-Training, wo ich sozusagen als einziger Mann unterrichtet habe und da waren zwei Drittel Frauen und der Rest Männer und ich habe mich so mit dem Konsent und mit dem Neurologischen so sehr damals eingelassen und habe mich mit dem Wheel of Consent sehr aufgestellt und ich habe mich auf der, ich habe mich getraut, ich habe es gewagt, eine Position herzustellen und die Position war eine ganz klare, dass ich gesagt habe als Mann, dass ich sozusagen mich auf dieses weibliche Modell des Wheels eingelassen habe und das weibliche Modell des Wheels ist vom Kreierer, vom Betty Martin hergestellt und ich habe dann sozusagen als Mann diese Position eingeschlagen und habe gesagt, wie ein Konsent-Robot. Ich habe gesagt, wenn es keine Absprache gibt, bist du in einem Schatten. Also das war eine ganz klare Richtung, die ich eingeschlagen habe und ich bin so rigide geworden in meiner Wahrnehmung und in meinem Ausdruck, dass ich von vielen Seiten gefühlt, gehört, gesehen habe, dass ich nicht mehr ernst genommen wurde. Und dann als, ich habe mich dann aber, ich habe mich aufgestellt, ich habe gesagt, das scheiße ich drauf, weil das ist die Richtung, die ich für mein Leben eingeschlagen habe, als ich 50 war und das ist der Weg, den ich gehe. Und entweder sagst du ja dazu oder nicht. Also das heißt, aus dieser Position, einer sehr voller, kraftvollen Position, habe ich sozusagen mehr Trennung geschaffen als Verbindung. Und als Mann mich sozusagen hinzustellen und das zu sagen, in dieser weiblichen Domain des Wheel of Consent, war ein Risiko. Ich habe es aber dennoch gemacht und bin dann aber von diesem weiblichen Aspekt in dem Wheel komplett als Mann gecancelt worden. Ich meine, das hast du vielleicht mitgekriegt mit Olivia, mit Self-Cervix, mit Robin, mit Betty, mit allen, mit denen ich verbunden war. Die haben mich sozusagen als Mann in meiner Position komplett geschottet. Also ich habe mich dann sehr darauf eingelassen, dass ich mich habe canceln lassen und bin dann sozusagen als Mann in meiner Position geinselt worden. Also das heißt, ich habe mich sehr isoliert oder ich wurde isoliert und in der Gemeinschaft isoliert zu werden, ist erstmal ein Todesurteil. Und das sind für mich viele Jahre des Sterbens gewesen und ich habe mich dann aber immer noch auf meiner Position als Mann sein und eine ganz klare Position einzugestehen, tiefer eingelassen. Also ich bin dann wieder zurückgegangen und habe mich auf den Ursprung des Wheels eingelassen und bin dann zu Harry Faddis als Mann, der sozusagen auch ganz klar gesagt hat, ja, das Wheel of Consent ist eine Interpretation vom Drei-Minuten-Spiel, aber das, was du machst, ist eine ganz andere. Und Harry hat das dann auch so beschrieben, wenn du sozusagen in dieser Position bist, dass du etwas für dich selber machst, also das heißt im Wheel of Detaking Dynamic, dann musst du sozusagen das Risiko eingehen als Mann, dass du in deiner Kraft bist. Und du musst dich für deine Kraft, also das heißt, du musst für deine Kraft einstehen. Das wird keine Frau für dich machen, das wird kein anderer Mann für dich machen, das musst du für dich selber machen. Du musst sozusagen deine Wirbelsäule selbst begradigen. Du musst auf deinen Füßen stehen mit dem Rücken zur Wand und du musst deine eigene Meinung draußen mitteilen. Und was dann passiert ist, und Harry Fettis hat das beschrieben, you give your gift of power. Also das heißt, wenn ich sozusagen meine Kraft der Macht gebe und auch als mit meiner Männlichkeit, mit meiner Kraft, mit meiner Macht aufschlage und sage, okay, das ist der Scheiß, den ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich habe mich sehr in dieses weibliche Wheel-Terrain reinbegeben und ich habe eine sehr klare Struktur aufgebaut, bin dann gecancelt worden und stehe jetzt hier mit meiner eigenen Struktur, dann höre ich von der anderen Seite, von dem weiblichen oder von der Seite, die das sozusagen sehr stark rausgegeben hat in die Welt, dass ich sozusagen eine höhere Verantwortung habe als Mann, sozusagen mit meiner Kraft, mit meiner Macht und dass Leute, die sich sozusagen in ihrer Victim-Mentalität sozusagen bedroht fühlen mit meiner Kraft, als Mann, mit meiner Macht, dass die mich sozusagen als Mann in die Position eines Perpetrators, also das heißt, des Täters, des Raubtiers, stecken, weil die aus ihrer eigenen Victim-Mentalität nicht aussteigen können und es einfacher ist sozusagen mit dem Finger auf jemanden zu pointen, der sagt, ja, das ist ja einfach für dich, du bist ja ein Mann, du bist ja auf der Hierarchie ganz oben drauf und du hast ja, du hast ja das Privilege, nicht sehen zu müssen, dass du ein Privilege hast. Also das heißt, dass sozusagen meine Kraft, mit der ich sozusagen in der Welt mitgeben kann oder wo ich gehen kann, dass die sozusagen abgeschossen wird. Der kraftvolle Mann und die kraftvolle, die Selbstermächtigung ist nicht etwas, was in einer Victim-Mentalität gefeiert wird, wenn es nicht für deren Vorteil ist. Das heißt, es gibt so ein bisschen, also was ich herausruhe, oder auch wahrnehme selber, es gibt wie so diese Sehnsucht nach diesem starken Mann. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Furcht vor diesem starken Mann. Auch daraus einfach geschichtlich gesehen, ist ja auch viel Blödsinn passiert. Aber da gibt es zum Teil nicht mehr, also es fühlt sich so, als würden viele nicht mehr mit dem Herzen sehen und schauen, was für eine was für eine Macht und Kraft ist es denn, sondern es wird so über einen Kamm geschert und you are the privileged white man. Das ist eine Schublade, da hast du natürlich überhaupt keine Chance. Also da kannst du überhaupt keine Chance haben, klar. Ja, ja. Ja, und ich denke mal, dass, also was ich, was ich fühle, also das heißt, ich arbeite ja auch viel mit Männern und das ist so, wo ich so fühle, wo viele Männer so ein bisschen verloren sind, dass diese, die haben Angst vor ihrer eigenen Kraft, die haben Angst vor ihrer eigenen Macht, auch gecancelt zu werden, wenn sie sich sozusagen für ihre eigenen Ziele und Werte einstellen und aufstellen, dann sind sie sozusagen immer noch in dem missbräuchlichen, erdzerstörenden, power over dominierenden Terrain, der sozusagen verantwortlich ist für das Missgeschehen in der westlichen Welt. Also das heißt, Mann sein in der westlichen Welt und uns für unsere Kraft einzustellen, ist gefährlich. Ja, ja. Und, und das ist auch ein sehr such a fine line, so ein zweischneidiges Schwert, das geht ja auch super schnell, wenn man in Kraft und Macht kommt, dass man sehr schnell vom Weg abkommt. Ja. Und das kenne ich ja auch von mir, je mehr ich in meine Kraft komme, desto mehr gibt es dann auch immer wieder dieser Gedanke, ich weiß das besser, so, ich habe es verstanden, du nicht. Ja. Und dann muss ich mich selber auch immer wieder zurückpfeifen und sagen, hey, Moment mal, mal wieder kurz ein bisschen Demut walten lassen, wieder ans Herz zurückkommen und schauen, was ist wirklich meine Wahrheit. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert, es ist viel Verantwortung, die damit einhergeht und eben auch viel Bewusstsein, wenn wir wirklich uns dazu entschließen, ich hole mir meine Kraft zurück, ja, ich bin bereit und sage ja dazu und klar, und dann nicht nur diese Arbeit innerlich, sondern dann eben auch das Außen, was dann ankommt und sagt, aber du. All das ist, ich glaube, das ist auch mit so ein bisschen die Meisterprüfung, ich habe das auch erlebt, es gab auch so einige Jahre, als ich beschlossen habe, ich lebe jetzt meine Wahrheit, ich gehe für mich, als die Leute anfingen, über mich zu tratschen, mich zu belächeln, mich auszulachen, meine Kinder haben sich sogar eine Weile von mir abgewendet und das war so schlimm und ich wusste, ich muss, ich muss in meiner Wahrheit bleiben, dass wenn ich das nicht mache, dann werde ich krank, dann gehe ich kaputt, da habe ich nichts von und meine Kinder werden auch nichts davon haben, ja, und ich wusste, wenn sie sehen, Mama geht für ihre Wahrheit, dann ist es jetzt vielleicht hart, aber später werden sie sagen, wow, die ist immer für sich gegangen, ja, und das ist so viel wert, die ist ein Vorbild für uns und das war, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen so eine dunkle Zeit des Sterbens, immer und immer wieder und das lohnt sich aber so, dafür zu gehen, dieses in seiner Wahrheit zu stehen, zu brennen, für sich zu gehen, für seine Wahrheiten, dafür einzustehen, auch wenn die Welt gefühlt um einen herum untergeht und einen quasi mitverschlingen will, da immer noch zu stehen und zu sagen, okay, ich brenne und ich gehe jetzt aber nicht ab von meinem Glauben, ja, sehr, sehr kraftvoll, also wirklich, eine Meisterprüfung in meinen Augen auch. Ja, und ich denke mal, dass es in jedem, im Leben eines jeden Mannes irgendwann zu diesem Punkt kommt, wo wir sozusagen für dieses, für diesen Wert einstehen müssen, wo es nicht darum geht, es recht zu machen für die weibliche Welt, wo es nicht darum geht, es recht zu machen für irgendwelche anderen gesellschaftlichen Ideologien, sondern wo wir uns sozusagen für uns selbst einstellen müssen und das ist so, wo ich so sehe, wo Männer miteinander sehr viel Unterstützung finden können, wenn sie sozusagen von Männern unterstützt werden, die sich für sich selbst, die für sich selbst aufgestanden sind, dass die anderen Männern helfen können, für sich selbst einzustehen. Und das ist mit den Grund, warum ich dich in meinen Kurs mit eingeladen habe, die Masterclass More Than A Man, The Liberated Lover, einfach, weil ich dich ja auch mitbekommen habe, die haben uns übrigens schon früher kennengelernt, den Inks Backer. Ja, okay. Ja. Und ich habe dich so ein bisschen immer wieder gesehen, hier und da, mitbekommen, mal nah, mal fern und dann aber zu sehen, wow, du gehst deinen Weg und du stehst für dich ein und ich nehme dich schon auch als sehr männlich wahr mit aber auch diesen weichen Attributen, also ich merke auch schon, da gibt es dieses Ying auch in diesem Yang vorhanden und das war mir so wichtig, dich eben damit reinzuholen und zu sagen, wow, alle zwei Wochen die Männer unter sich, ich als Frau gehe raus und unter anderem, dann können sie mit dir sein und schauen, was kannst du ihnen geben, was kannst du von deiner Erfahrung teilen und dann können sie eben wie auch unterschiedliche Männer beschnuppern, so wow, der ist seinen Weg gegangen, der ist seinen Weg gegangen, der ist auch seinen Weg gelangen und gegangen und so kann es ausschauen und so kann es sich anfühlen und ich finde das auch ganz, 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 ganz wertvoll und ich bin da auch super dankbar, dass du Teil des Teams bist, jetzt schon die dritte Runde, vierte Runde, dritte Runde, wo du diesen Raum für die Männer hältst. Ja, ich freue mich auch darauf, also weißt du, als ich so mit der Arbeit angefangen habe, so spirituell, Tantra, Bodywork, habe ich viel mit Frauen gearbeitet, also das heißt, hauptsächlich, sagen wir mal, 90 Prozent Frauen waren meine Klienten und ich habe auch viele Leute ausgebildet, die sozusagen gearbeitet haben und habe mich dann so gefragt, wo sind denn die Ausbilder für die ganzen Männer? Und habe dann auch viele Frauen gefragt, also die so gesagt haben, nee, ich möchte nicht mit Männern arbeiten, keiner will mit diesen isolierten, unverbundenen Männern arbeiten und diese sind so, also diese isolierten Typen, die so draußen waren und habe dann gesehen, dass du wirklich eine von den Frauen bist oder eine von den Leuten bist, die so gesagt hat, okay, diese Männer, die brauchen Unterstützung. Das sind die, die, wo jeder den Finger drauf zeigt, die aber für sich alleine gestellt sind und die eigentlich total isoliert sind. Wie können die denn Unterstützung finden? Und habe das so im Laufe der Zeit auch gesehen, ich bin eigentlich einer von denen und ich habe so viele Erfahrungen als Mann, mich in dem weiblichen Terrain zu bewegen oder mich in dem männlichen Terrain zu bewegen und ich habe so viel Know-how und ich habe so viel wertvolle Unterstützung, die ich Männern geben kann, sozusagen ihren eigenen Weg zu finden, dass ich so in den letzten vier, fünf Jahren gemerkt habe, dass ich so viel zu geben habe und dass ich, dass meine Arbeit sich von 80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer total gewandelt hat. Momentan bin ich bei 90 Prozent Männern und 10 Prozent Frauen und das fühlt sich so richtig an. Ja. I feel you und das ist so spannend. Ich hatte damals, ich habe angefangen mit Frauen zu arbeiten, dann war ich plötzlich ganz viel in dieser Männerdomäne, dann habe ich gemerkt, nee, 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 ich will wieder mit Frauen arbeiten, dann waren ganz viel die Frauen da und seit einer Weile merke ich wieder, boah, mir ist es echt wichtig, auch mit den Männern zu sein, weil für die Frauen, das ist ja irgendwann vor sieben, acht Jahren, ist ja plötzlich so viel aus dem Boden geploppt. Hier ein Gebärmutter-Workshop und Menstruations-Workshop und Pussy-Workshop und blablabla und plötzlich sind die Frauen wie so eine Lawine gegen das so aufgestanden und gesagt, okay, ich gehe für mich, ich will mich erkunden, ich will mich erfahren, ich will mich weiterentwickeln und bei den Männern war so das Gefühl, die ganze Zeit stillstand, stillstand, dass man war so, wo sind sie denn, wo sind sie denn und vor so ein paar Jahren ging es dann plötzlich auch los. Ich gemerkt habe, oh wow, so langsam und ich bin ja Bodyworkerin, ich gebe unter anderem Tantra-Massagen und früher war es so häufig, die Männer, die gekommen sind für, ich will eine Tantra-Massage haben, bitte gib mir einen schönen Orgasmus, so. Und jetzt merke ich, kommen ganz viele Männer, die wirklich, die lernen wollen, sich fühlen zu wollen oder die gewisse Vorgänge jetzt verstehen wollen. Also da gibt es plötzlich auch so ein Aufwachen in dieser Männerwelt und es ist so schön, das zu bezeugen und gerade auch als Frau, also ich fühle mich sehr privilegiert, dieses Männertraining zu geben, wo sich Männer mir anvertrauen, wo ich denen den Raum halte und die zu bezeugen. Also du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich in diesen Trainingsdarsasen mit Tränen in den Augen zu tiefs berühre und dachte mir, oh mein Gott, das ist gerade eines der schönsten Geschenke, die ich in meinem Leben bekomme, hier diesen Männer bezeugen zu dürfen, mit diesen Männern sein zu dürfen und zu sehen, wie sie anfangen aufzublühen, wie sie anfangen, sich selber zu vertrauen, sich selber wieder zu spüren. Also ich hatte ein paar Männer, die mir am Ende des Kurses gesagt haben, ich fühle mich gerade zum ersten Mal in meinem Leben oder ich kann zum ersten Mal in meinem Leben meine Bedürfnisse, meine Bedürfnisse wirklich wahrnehmen. Wo ich dann da stand und sage, um Gottes Willen, wie kann so was möglich sein? Aber ja, das ist Fakt. Das ist Fakt. Und wie sie dann, oft kommen sie dann in diesen Workshop und denken, ach, da geht es jetzt um Sexualität, ich kann ein noch besserer Stecher werden und noch geiler am Bett werden. Und da gibt es ja dieses große, dieses große Missverständnis, dass das Sexpenis ein Muschi rein, raus ist. Und für mich ist Sexualität das Leben. Das Leben. Und das ist ein Spiegel des Lebens. Und erinnere ich was im Leben, dann wird sich was in meiner Sexualität verändern, verändere ich was in der Sexualität, verändert sich was in meinem Leben. Und zu sehen, wie diese Männer sich, wie sie alle für diese Sexualität angemeldet haben und wie sie aber alle am Ende gefeedbackt haben, wow, mein Leben hat sich komplett verändert. Ich kann meine Frau plötzlich ganz anders sehen und wahrnehmen. Meine Partnerin hat mir neulich gefeedbackt, ich berühre sie anders, dabei mache ich ja gar nichts anders. Ich berühre sie wie immer, aber irgendwie scheint da was anders zu sein. Sogar zu, ich rede jetzt anders mit meinen Kindern, ich kann auch meine Kinder anders wahrnehmen. Oder ich habe angefangen, in meinem Büro zu singen und zu tanzen. Ja, so Lebensfreude, die plötzlich hochkommt. Und das ist so schön. Also das ist so, das ist mit die schönste Bezahlung, die ich bekommen kann. Das ist wirklich ganz wertvoll. Ja, was du für mich so reinschießt, wenn du das sagst, ist so, das funktioniert nur, wenn wir das miteinander machen. Also das heißt, diese männliche Domain als Lonely Wolf und sich versuchen so durchzubeißen und zu überleben, wo viele Männer auch stagnieren. Das wird nicht funktionieren. Und dieses Miteinander wachsen zu können und sich zu sehen, zu fühlen und gefühlt zu werden, das ist so, wo so Männer wirklich aufblühen und wo ich so sehe, was es braucht und das, was du machst, ist einfach toll. Also das heißt, ich finde das auch klassisch und unterstütze das auch mit meiner ganzen Kraft und freue mich auch dabei zu sein. Dankeschön. Danke. Ja, und ich finde auch, die Gruppen sind oft total unterschätzt. Also die Kraft der Gruppe. Ich würde auch noch hinzufügen zu dem, was du gerade gesagt hast, dieses Bezeugen und bezeugt zu werden. Da ist so eine Kraft drin. Da ist so viel Medizin. Nur schon allein auch zu merken, dieses, wenn so und so viele Männer geteilt haben, wo sie stehen, wie es ihnen geht, plötzlich zu merken, ich bin ja gar nicht alleine damit. Mit mir ist ja gar nichts kaputt. Die haben das ja auch. Ja, das ist oft schon so, ja, da macht sich oft schon Entspannung breit, zu merken, boah, okay, und ich habe so viel an mir gezweifelt. Ich bin so hart mit mir ins Gericht gegangen. Und ja, und da ist auch wirklich, wirklich viel Kraft drin. Und in diesen Gruppen, ich finde, es ist manchmal mit die beste Medizin, die wir bekommen können. Dieses gehalten werden, getragen werden, gespiegelt werden, bezeugt werden, aufgefangen zu werden, andere wieder aufzufangen, für sie da zu sein, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Das ist wow. Gib mir doch mal ein paar männliche Eckpunkte. Wann, wo, wie, was, wie teuer, wo und so weiter. Was ist es, was Männer hören müssen? Ja, jetzt im März, Mitte März geht es los. Die genauen Daten stehen auf meiner Webseite. Es wird jeden Sonntag wird ein Video freigeschaltet. Ja, und gibt es immer noch so ein bisschen Informationen, kann man schon mal anfangen, alleine ein bisschen zu üben, auszuprobieren. Jeden Mittwoch gibt es einen Live-Call. Das heißt, jede zweite Woche ich, also einmal mit mir als Frau. Da darf man mich alles fragen, was man von der Frau wissen will. Und das finde ich immer sehr wertvoll. Und jede zweite Woche ist ein Mann da. Das heißt, drei Gastdozenten, unter anderem du, und dreimal ein Kollege, der ein Man-Circle hält, wo die Männer auch unter sich sind, wo einfach geteilt, gefühlt und so weiter werden kann. Das Ganze geht drei Monate. Und ich finde das gut, drei Monate, weil gewisse Dinge brauchen Zeit, bis es ein Embodiment gibt, bis der Körper es übernommen hat. Wenn es einmal im Körper ist, dann ist es drin. Das ist wie Fahrradfahren. Ja, wenn wir zehn Jahre kein Fahrrad fahren, wir setzen uns aufs Fahrrad, dann ist es vielleicht kurz wackelig, aber wir sind schnell wieder drin oder Schlittschuhlaufen oder so. Und wir bauen dann peu a peu aufeinander auf. Erst kleine Übungen, die aber super wichtig sind, um diese anderen Übungen eben besser verstehen zu können, besser begreifen zu können. Und diese ganzen Übungen, ich sage immer, also in dieser Social-Media-Welt, da werden ja tausend Workshops mal angeboten, werde der multiorgiastische Man oder werde der, was auch immer, da werden die großen, tollen Versprechen gemacht. Und ich denke mir immer, um Gottes Willen, die meisten haben überhaupt kein Fundament. Wie wollen wir ein Haus aufbauen, wenn wir kein stabiles Fundament haben? Das ist ja immer einsturzgefährdet. Das heißt, und deshalb habe ich auch diesen Kurs ins Leben gerufen, mir ist es so ein Anliegen zu sagen, lasst uns mal ein stabiles Fundament kreieren. Und darum geht es in diesem Kurs. Genau, und wer halt dranbleibt, der kann am Ende echt viel ernten, wirklich viel ernten. Wer halt Larifari rangeht, wird am Ende halt Larifari bekommen. Das heißt, dieser Kurs lädt ein, wirklich in die Eigenverantwortung zu gehen, dran zu bleiben und auch zu schauen, was bin ich mir wert? Ja, bin ich bereit, in mich rein zu investieren? Bin ich bereit, diese Zeit aufzubringen? Und für mich ist Disziplin absolute Selbstliebe. Absolute Selbstliebe. Und das ist eine Einladung, dieser Kurs ist eine Einladung, in die absolute Selbstliebe zu gehen. Und genau, der kostet 699 Euro. Und man kann ihn auch noch als kleinen Kurs buchen, dann ist es aber ohne diese ganzen Live-Calls und sowas. Das ist dann so ein bisschen die abgespeckte Form. und genau, eine Telegram-Gruppe werden wir auch haben. Das heißt, man kann auch täglich teilen und fragen. Und was die meisten Männer mir gefeedbackt haben, ist, dass das Wertvollste an der Gruppe oder an diesem Kurs die Männergruppe war. Toll. Ich freue mich darauf, als männlicher Gastdozent dabei sein zu dürfen, zu können und sozusagen alle Männer, die daran interessiert sind, auf ihren eigenen Füßen zu stehen, emotional, körperlich, sinnlich, sexuell sozusagen zu unterstützen und mein gesamtes Wissen und Können bereitzustellen in diesem einen Call als Gastdozent. Und jeder Mann, der so ein bisschen auf der Schwelle steht, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, mach es und trau dich einzutauchen und trau dich mit anderen Männern eine andere neue Richtung für sich selbst herzustellen. Mit anderen Männern und mit Eva. Mit anderen Männern und mit Eva. as guip an an Gen iffer bahn